Musik Eine Legende wird 40 Jahre jung. 2018 feiert Saturday Night Fever 40. Geburtstag. Deshalb kommt eine nagelneue, digitalisierte Version in diesem Jahr in ihr Kino. Saturday Night Fever. John Travolta in der Rolle seines Lebens. Das Highlight im Jahr 2018. John Travolta in Saturday Night Fever. Lassen Sie sich mitreißen. Hier in diesem Kino am 13. April 2018. Musik Das Highlight im Jahr 2018. Musik Bis zum nächsten Mal.